...von Schiffer, Oferweizen und die Vorspielfilme. Der neue Fiat Panda. Premiere am 27. September. So, honey, this is how we travel. Light. Always light. Everything in one little bag. We don't want to look like pack-asses, darling, do we? Well, sweetie, when traveling, less is more. Hm. Leider ist nicht alles so perfekt wie unsere Möbel. Hülster. Hallo, ich bin Roland Mack und wir sind hier in meinem Freizeitpark bei Freiburg. Früher standen hier nur ein paar Karussells auf den Feldern. Und heute haben wir fast vier Millionen Gäste im Jahr. Aus ganz Europa. Und ein paar Chineser habe ich auch schon gesehen. Ich finde es wie Arbeit. Es ist aber Arbeit. Wir sind die Müller-Watterei. Viel Spaß und Genuss. Und was hat der Dieter gesagt? Alles wird besser. Alles wird besser. Zehn Aktionsdeckel von Müller-Milch, Milchreis oder Buttermilch. Fickt und mitliegt. Es kommt von uns diese vollen ***. Hans Stecknadel. Hans Stecknadel. Auf die Becher. Fertig. Spaß. Jetzt gibt es im Fotohandel echte Fotos von der Digitalkamera mit Fujifilm. Das ist günstiger, als Sie denken. Warum also zu Hause drucken? Holen Sie sich echte Fujifilm-Fotos vom digitalen Bild. Überall, wo es Bilder gibt. Hol dir meinen Parteisong als Klingeltuch auf dein Handy. Fertig. Spaß. Jetzt schnell zu Shell und ganz einfach Punkte sammeln. Und damit Sie besonders schnell an Ihre Prämien kommen, gibt es jetzt 5 Klapsmart-Punkte für jeden Liter Shell V-Power. Also einfach stoppen, shoppen, tanken, punkten. In welchen Sphären schwebt ihr denn? Wir bringen gerade Körper und Geist in Einklang. Dafür brauche ich nur den neuen Philadelphia Balance. Denn der Körper sagt, hm, himmlisch lecker. Und der Geist sagt, prima, nur 16% Fett. Hm, du kannst ja richtig geistreich sein. Ich weiß. Der neue Philadelphia Balance. Himmlisch lecker und nur 16% Fett. Also ich bin kerngesund. Bis auf diese Kopfschmerzen. Manchmal Magenverstimmung. Ziehen im Rücken? Naja... Verstopfung. Schnupfen. Heiserkeit. Die Ohren, tut weh, die Haare, tut weh. Wir haben was dagegen. Hexal. Arzneimittel ihres Vertrauens. Hexal. Dieses lähmende Gefühl in den Armen. Für Sie, den echten Pasta-Liebhaber, hat Barillas sein Pesto alla Genovese geschaffen. Eine typisch italienische Soße. Barilla Pesto alla Genovese. Aus Liebe und Leidenschaft zur Pasta. Die Sat.1 Musikredaktion empfiehlt. Den Hit-Tipp der Woche. Gloria Estefan. Die Legende ist zurück. Mit ihrem neuen englischsprachigen Album Unbretted. Gloria Estefan. Ab jetzt im Handel. Die UEFA Champions League in Sat.1. Deutschland drückt die Daumen. VfB Stuttgart gegen Manchester United. Die Besten der Besten. Live. Mittwoch, 1. Oktober, 20.15 Uhr. Die UEFA Champions League in Sat.1 wird Ihnen präsentiert von Ford und PlayStation 2. Berlin. Jetzt geht es prickelnd weiter mit Schifferhofer Weizen und TV-Spielfilm. BORN TO BE WILD Born to be wild. Das könnte auch das Motto für unseren Kanzler und den Außenminister sein. Yeah. Denn Sie haben ja wilde Jahre hinter sich, aber jetzt sind Sie natürlich sowas von staatsmännisch. Diana Eichhorn von der VOX-Tiershow Hund, Katze, Maus heute bei uns zu Gast und mitgebracht hat sie den Border Terrier. Oskar, ein süßer kleiner Hund. Ja, toll. Und er ist ganz anders vom Charakter her, habe ich mir sagen lassen, als man ihn einschätzt. Weil er sieht aus wie so ein kleiner, süßer Struppi, so ein Wuschel. Aber er ist im Grunde ein Hund, der sehr viel Auslauf braucht und auch so... Er beißt sich fest. Er beißt sich fest, wenn böse Einbrecher kommen. Kurze Pause, meine Damen und Herren. Und dann Neues zum Jubiläum. 70 Jahre Deutsche Autobahn. Gleich geht es prickelnd weiter mit Schöpfer, Uferweizen und Tafu-Spielfil. Hol das Bällchen. Der beste Freund des Menschen. Wir sind ein Spitzenteam. Ist der Hund. Körner und Köter. Donnerstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Fokustitel. Schuldenfalle, Scheidung. In dieser Geschichte geht es nicht um Gefühle, da geht es um Geld. Was müssen Sie bei Unterhalt und Ehevertrag beachten? Da kann man sich Zeit, Geld und Ärger sparen. Unsere zweite Titelgeschichte. Was steht im neuen Buch? Zurück zur Küche der Mütter mit Rezepten von heute. Jetzt am Kiosk. Haben wir eigentlich eine Chance? Warum nicht? Manchmal muss es eben Mumm sein. Nur noch drei Wochen. Eins ist klar, ich heirate in Weiß. Zeit genug für eine Odolme 3 samt Weiß-Beauty-Kur. Mit diesem Aktivator und dem Samtweiß-Gelee können Sie das Weiß Ihrer Zähne sichtbar aufhellen. Was auch immer Sie vorhaben. Die neue Odolme 3 samt Weiß-Beauty-Kur. Jetzt gibt es im Fotohandel echte Fotos von der Digitalkamera. Mit Fujifilm. Das ist günstiger, als Sie denken. Warum also zu Hause drucken? Holen Sie sich echte Fujifilm-Fotos vom digitalen Bild. Überall, wo es Bilder gibt. Die Becks-Experienste. Die Becks-Experienste. Der neue Citroën C2. Der Stadtsportwagen. Nichts bewegt sie wie ein Citroën. Jede Love Story hat ihre Songs. Die neue Kuschelrock. Oh, ihr würde ich gern mal auffallen. Jetzt bei Karstadt. Modische Lederschuhe für Herren. Nur 29,95. Besser Karstadt. Er ist ein sehr guter Bailer. Besser sehr gut. Ich weiß, was er lebt. Los! Rechts. Links. Hart rechts. Wow. Schneller. Ja! Stopp! Ein Kombi? Renault. Créateur d'automobiles. Ich setze auf Gold. Rien ne va plus. Rosche. Immer goldrichtig. Morgen bei Wolfs Revier. Auf der Suche nach dem Mörder der kleinen Iris erhält Wolf ein Angebot vom Chef der Russen-Mafia. Ich kann ihn nicht dabei helfen. Ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Ein Spiel mit dem Feuer beginnt. Wolfs Revier. Morgen, Viertel nach Acht in Sat.1. Ein neuer Serien-Star ist geboren. Und das Chaos... Ja! ...nimmt seinen Lauf. Und das haben wir im Klo. Körner und Köter. Morgen der Film und dann über Donnerstags die Serie. In Sat.1. Die Nacht Sat.1-Nachrichten. Hochspannung beim UN-Gipfel. In wenigen Stunden kommt es zur ersten Aussprache zwischen Schröder und Busch seit dem Irakkrieg. Mehr dazu um 0.15 Uhr in Sat.1. Diana Eichhorn von der VOX-Sendung Hund, Katze, Maus. Heute Abend mit dem süßen kleinen Border Terrier Oscar bei uns zu Gast. Da freue ich mich drauf. Ja, ja. Ich bin mir interessant. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Hund. Aber du willst auch einen haben? Ja. Du nicht? Nein. Katze? Nein. Ein Kaninchen will an. Ein kleines Kaninchen. Das ist doch alles Tierquälerei mit Kaninchen. Das ist doch alles inzestuös und die kommt natürlich raus. Die sind doch süß, diese Tiere. Vielleicht eine Katze. Oh, schon Namen? Ja, noch nicht mal eine Katze. Können wir hier in der Sendung dann suchen. Ein Namen für die Katze von Herrn Andra. Das ist übrigens häufig, kenne ich häufig. Tiere werden umbenannt. Nein, ehrlich? Ach komm, das stimmt nicht. Ja, absolut. Weil der Name nicht sozusagen zur Klasse der Familie passt oder zum Stil des Hauses und so. Man holt den, der Hund, entweder, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Hund kommt aus einem Tierheim, ja, oder er kommt mit Stammbaum, der wirklich 200 Jahre vor der Queen anfängt. Ja, klar. Ja, und muss dann irgendwie für die Familie passend genannt werden. Ja, haben wir Oskar vorgestellt von unserer lieben Kollegin Diana Eichhorn. Gleich geht es prickelnd weiter mit Schöfer-Uferweizen und Tiffuspiefel. Gute Nachrichten. Das neue Fis-Active-Gel mit Natron ist da. Es wird kraftvoll gegen Fettschmutz in der Küche und gegen hartnäckigen Schmutz im Bad. Einfach und schnell. Für Sauberkeit, die Spaß macht. Jeden Tag. Testen Sie jetzt das neue Fis-Active-Gel. Für kurze Zeit auch als Probiergröße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das einzig wahre Warsteiner ZDF für funk, 2017 Tja, so viel Chicken gab's noch nie. Die große Chicken-Offensive bei Burger King. Das ist unglaublich, wie du das nach deinem Unfall wieder geschafft hast. Die haben mir geholfen, ihr Berater, der hat alles gemanagt. Die Sachen mit den Kindern, die Reha. Geld gab's natürlich auch. Aha, die haben nämlich einen Unfallschutz. Wer sind denn die? Die gelben Engel. Wir sind da, ADAC. Und wir machen Bier. Jetzt kennst du mehr da. Irgendwann erfrischt es jeden. Frisches Feldjens. Eins hab ich gelernt. Überall auf der Welt ist Stadtgeflüster am schönsten, wenn es ganz frisch ist. I heard it, you heard it too. Nur gut, dass Tic Tac die langanhaltende Frische der Carmanola-Minze hat. Da kann man stundenlang die Köpfe zusammenstecken. Und manchmal sogar ganz neue Gesprächspartner finden. Einfach so. Für zwei Stunden Atemfrische. Tic Tac and Talk. Am Freitag bei Enterprise. Die Mannschaft muss ihre Vorräte auffüllen und trifft dabei auf alte Bekannte. Klingonen. Wie lange werden sie von denen schon tyrannisiert? Wir locken die Klingonen in eine Falle. Jetzt. Enterprise. Freitag, Viertel nach acht in Sat.1. Auch beim Radio wird gemordet. Und die wichtigste Zeugin sorgt für großen Ärger zwischen Leo und Nina. Du bist nicht objektiv. Mit Herz und Handschellen. Montag, 20.15 Uhr in Sat.1. Die Nacht Sat.1 Nachrichten. Hochspannung beim UN-Gipfel in New York. In wenigen Stunden treffen Schröder und Bush zu einer ersten Aussprache seit dem Irakkrieg zusammen. Mehr dazu gleich. Ich meine, was schon läuft? Eine. Jahresengren moment.